Buongiorno, meine kleinen Macaronis, zu einem neuen Part von South Park, der Stab der Wahrheit, oder auch das Stick of Truth. Wir haben im letzten Part mit den Unterhosen zweimal Freundschaft geschlossen und werden uns jetzt auf den Weg zum Juden machen. Ich hab euch gesehen. Oh! Ich hoffe, deine neuen Freunde sind gut gehalten. Ich hoffe, deine neuen Freunde sind gut gehalten. Komm schon, Junge, raus! Mach Freunde! Ich hab doch schon... Ach komm, leck mich. Haben wir hier vielleicht noch Mäuse? Warum kann ich nicht immer in den Keller gehen? Okay. Da bin ich jetzt echt überrascht, dass der alte Drecksack jetzt mit mir befreundet sein will. Cool. Hätte nicht gedacht. Find ich stark. Da wollen wir mal schnell hinaus. Yay! Da ich mich jetzt groß und klein machen kann, wann ich will, kann ich wieder alles Mögliche hier nochmal... Okay. Ich kann alles neu erkunden, weil ich mich groß klein machen kann. Das ist... Yay! So können wir das Let's Play noch weiter in die Länge ziehen. Gefällt mir. Stan, sind wir wieder Freunde? Ich schau mal kurz nach. Ja! Stan ist wieder mein Freund. Das freut mich. Jimmy auch. Es fehlen nur noch Breitfeld, Arsch und Judenkönig. Okay. Wir sind wieder Freunde! Das obwohl ich ihn verprügelt hab. Halt. Wuhuuu! Er wird da auch klein. Ja! Vorteile! Cool! Mega geil, Alter! Das find ich jetzt übelst cool. Krasser Scheiß. Ich geh mal kurz hier rein, nur um zu gucken, ob ich hier irgendwo in so ein Mausloch rein kann. Alter! Das ist... Dann kann ich auch bei dieser einen Böschung, wo der Rucksack hinter dem umgekippten Baumstamm liegt, kann ich endlich rein, also drunter her und den Rucksack plündern. Da müssen gute Sachen drin sein, weil man erst jetzt da rein kann. Achja, hier ist ja Stan's Zimmer. So, das ist mein Zimmer. Jo! Habe ich schon geplündert. Ich hoffe, es fällt dir nicht auf, damit wir Freunde bleiben. Hi, Shelly. Du bist noch ein Kerl, aber wenigstens hast du nicht wie eine Mädchen. Oh! Stimmt, die habe ich noch gar nicht gelootet. Stimmt... Warte mal. Stimmt, die habe ich echt noch nicht gelootet. Ich habe ja einfach nur nachgespielt und bin dann wieder gegangen. Ja, tatsächlich. Scheiße. Habe ich doch tatsächlich ständig das Zimmer vergessen zu looten. Schande über mein Haupt. Hat er sich gerade das Pulver zum Groß-Kleinwerden geschnieft? Schade, ich werde es nicht mehr herausfinden. Kommen wir noch bei den Ellies. Ja, hier habe ich alles geloot, wie man sieht. Aber ich habe ihr Zimmer vergessen. Ist ja unfassbar. Ich schäme mich! Tatsächlich erschnieft das Pulver. So fängt die Sucht an, Kinder. Mach das bitte nicht nach. Auch wenn du erwachsen sein solltest, wenn du das jetzt bei dir guckst. Aber naja, egal. Ja, ja, ja. Ich sehe es auch nicht. Hallo, Kyle's Dad. Oh, das ist Geruckel. Mann. Schnieft er sich einfacher zu Vince, Schrumpfpulver? Wie so ein Junkie. Wie? Ich bin voll das verkommene Kind. Machen wir mal kurz hier gucken. Im zweiten Zimmer gehe ich nicht an, läuft nur die Dusche. Das weiß ich ja. Hier können wir... Ernsthaft? Ach, weil ich den Trank beim letzten Mal nicht nehmen konnte. Stimmt ja. Wie gut, dass ich ein bisschen was eingesetzt habe. So kann ich alles nachholen. Kein Mauseloch. Aber. Und aber. So. Das hätten wir... Ich blöd, man hätte auch die schnelle Reiseflagge nehmen können. Fällt mir jetzt gerade wieder mal ein. Aber egal, jetzt ist es zu spät. Habe ich noch ein paar Sachen mitnehmen können. Achja, ich muss drücken. Wer da? Wer noch? Oh. 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 Ich bin ja. Oh. 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 We're apologizing now. How about we apologize for breaking the rule about using arcane fire magic? Yeah. Hey, that was the human's rule, not ours. Join forces, my palliative ass. Only good elf is a dead elf. Why don't you suck my elven dick, butters? Enough! Whether we are human or elephants are gonna matter one bit if all of Zaron is taken over by German zombies. We saw what that green stuff does. We better figure out a way to stop Clyde or there won't be a world to fight in. Even if we join forces, we don't have enough warriors. So we recruit more factions to join us. The pirates, the federation, and the girls. The girls? The girls are not gonna fucking play with us. Yeah, dude, we can't convince girls to do this. No? But maybe the new kid can. The new kid has a power we have yet to understand. He makes friends on Facebook faster than any we have seen. He is really good at getting Facebook friends. I'll give him that. Anyway, get the girls to side with us, Commander Douchebag. I'll deal with the other factions. The rest of you, return to your stations and prepare for war! Shinono brave camera! Alter! Level twelve! Rekrutiere the children! Yah! Yah! whoooo! And Kyie is a cre each other. Yay! Sprich E. Dodd ta-ha-ha-ha ! Krasser Scheiss! Drei neue Freunde! Kyie! Ich füge dich nur als Freundin zu, weil wir zusammenarbeiten müssen, um den Stab zurückzuholen. Scheiß Jude. Mir egal. SD Reach for Skylar Morses erfolgreiches, aber kurzlebiges Solo-Album. Ach so, keiner ist geiler als Skylar. Verwuschelte Brücke. Yes. Hm, was möchte ich denn als nächstes haben? Heilender Wind. Immer wenn du mit deiner Waffe einen magischen Angriff durchfüllst, werden ein paar TP aufgefüllt. Kraft Arsch. Immer wenn du mit deiner Waffe einen magischen Angriff durchfüllst, werden ein paar MP aufgefüllt. Das ist gut. MP auffüllen ist immer gut. Konterfurz. Schmutziger Kampf. Nächster Schamper Feinden, die angewidert sind. Okay. Nervennahrung nur jetzt immer 2 MP, wenn du einen heiligen Stand kämpfen oder fliehen. Deine anderen verfügen größeren Schaden zu, wenn du schwer verletzt bist. Ich lese das jedes Mal vor, ne? Auf dich angewanderte Dippaushalten eine Runde weniger. Ja, das wäre nicht so verkehrt. Da bewegt mehr Schaden bei betäubten Zielen. Maximal Gesundheit steigt um 20%. Wenn du schwer verletzt bist. Und bewirkst du den Schaden bei wütenden Feinden. Aha. Bewirkst du den Schaden bei Feinden, die bluten. Was? Wenn du einen magischen Angriff durchfüllst. MP. MP oder mehr Gesundheit? Ich habe jetzt 2631. 10% wären 263. Joa. Jetzt gehen wir nochmal. Jetzt gucken wir nochmal. Das lässt sich doch sehen. Finde ich gut. Hier, die Mädchen. Alter, ernsthaft. Warum die zicken? Okay, hier kann ich noch nichts. Okay. Naja, ich kann dich auch nicht leihen, weil du ein Arsch bist. Ach, der heißt Hundekacke. Okay. Nee, Moment nicht. Der macht einen auf Agro. Der macht einen auf Agro. Der kleine Hosenscheißer macht einen auf Agro. Nicht viel Nerf spielen in diesem Teehaus, Traitor. Beliebter als Jesus. Du wirst das bezahlen. Ich bin beliebter als Jesus. Das ist sehr cool. Mega geil. Hundekacke ist jetzt mein neuer Freund. Alter, die haben teilweise Namen. Das ist ja unglaublich. Ich möchte was kaufen. Ich möchte eine neue Waffe vielleicht haben. Schwert des Endes. Uh. Du erhältst Angriff erhöht, wenn ein Feind stirbt. Du erhältst 100 TP, wenn ein Feind stirbt. Aha, also alles, was für tote Feinde steht. Alter. Vorher vier Geschosse ab, die kritisch wirken, wenn du perfekt triffst. Schaden, stark gegen Rüstung. Stark gegen Rüstung. Vorher vier Geschosse ab. Ist einfach stärker als der hier. Elfesche Langbogen. Kampfbogen. Finde die im Nahkampf, äh, Feinde, die im Nahkampf angreifen. Allein bis zu 50 Schaden. Drei harte Treffer. Vorher drei Geschosse ab. Ich habe 200 Dollar. Alter, ich bin stinkreich. Aha. Mönchshandschuhe. Ah, ich glaube, Ausrüstung werde ich mir nicht kaufen. Waffenaufsätze. Verstärkt jeden Angriff mit Waffen um 50 Schaden. Rolle Münzen. Ach, ich war schon drauf. Kostüm flicken. 25. 10 mehr Bogen schaden. Dann durch einhändige Waffen. Ah, okay. Dann wollen wir uns nochmal schnell ausrüsten. Da wollte ich nicht drauf. Ich wollte hier drauf. Den kann ich nur einmal. Frost und Feuer. Und den habe ich mit angewidert. Ich kann den nur mit ein ausrüsten. Aber der ist allgemein stärker. Mache ich dann Feuer oder Frost? Ich glaube, ich mache Frost, oder? Der nehme ich. Ah, verdammt. Ähm, nehme ich hier erstmal die Beiden runter. Da nehme ich den Kampfbogen. Plus 100. Ach, der hat schon Feuer drauf. Ach, der hat schon Feuer drauf. Okay. 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 Was haben wir denn hier? Inkurriere bis zu 100 Rüstung. Äh, 50 Schaden. Okay. Dann machen wir mal den Frost hier drauf. Ja, der hat ja schon Feuer. Okay, das ist mega geil. Da habe ich nichts gesagt. So, wir haben so viel Krempel. Und 1000 Helm. Lässt Feinde kotzen, wenn sie sich dir nähern. Ich meine, da könnte ich deinen Stab anders ausrüsten. Aber nein. Goff Krempel. Erkenntniskrone. Jetzt habe ich den K5 Rüstung. Ein... 200... 20% mehr Geld. Ich glaube, ich werde mich mal anders ausrüsten. Das KKK-Modell ist langsam überholt. 3, wenn du geschrumpft bist. Okay. Was gefällt mir denn besser? Alufolie. Genau, 10 Rüstung und so. 15 mehr Waffenschaden. Bappe. Teut. Ziel. Knappenhälen. 5, 5. Käse. Steiger. 30. Steiger deine Max 2 MP und 2. Wenn du einen Gegner tötest. Du hältst 3 MP. Perfekten Angriff auf einen Zombie. Du greifst erneut ein, wenn ein Feind stirbt. Was haben wir denn hier? Alienanzug. Goff Käse. Nekro. 15 Rüstungen. Abwehr erhöht nach einem Angriff. Wichtelkleidung. 30 Rüstungen erhöht. Abwehr erhöht, wenn du eine zweihändige Waffe verwendest. Ich werde mich mal als Wichtel ausgeben. 20% Schaden durch zweihändige Waffe. Cool. Fügt 10 Rüstungen zu und schwächfeindliche Angriffe. Dann nehme ich hier erst mal. Nein. Ich wollte sagen, das nehme ich erst mal runter. Wichtel. Das nehme ich runter. Dann nehme ich das runter. Danke. 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 Weil es Wichtel sehe ich ziemlich scheiße aus, ne? Wenn ich hier so als Negro, das mache ich glaube ich am besten nur gegen die Zombies. Das war eine Kotze, wenn sie in meiner Nähe sind. Mal gucken. Sieht irgendwie Stulle aus. Rüstung des Kämpfers. Für den Fähigkeitsschaden nach einem perfekten Angriff. Fügt sie so so und so und schwäch. Blablabla. Soll ich nicht wirklich mal als Käse rumlaufen? Ich weiß es nicht. Das ist gerade echt schwer. Und ich verballere gerade die ganze Partzeit dafür. 17 Rüstung. 30 Rüstung. Du als Fähigkeit erhöht, wenn du unter 15 TP? 15% TP bist. So, ein bewirken Angriff. Minus 15 Schaden beim Blocken. Aha, cool. Okay, machen wir mal einen auf SWAT. Dann rüste ich mich noch schnell aus. Du erhältst 1 MP, wenn du Schaden erleidest. Okay, das mache ich wohl auch was anderes drauf. Mal kurz gucken. Was hatte ich überhaupt drauf? Rüstung. Versuch Frostschaden. MP. Blablabla. Angriffe mit Nahkampfwaffen. 55 zusätzlichen Schaden hinzu. Nahkampfwaffen. Du erhältst 1 MP. 5 MP. Feinde töten. Du erhältst 2 MP, wenn du einen Nahkampfangriff durchführst. Wir erlichkeitsschaden. Du erhältst 2 MP. 20% mehr Geld hatte ich drauf. Das weiß ich. Da, da, da. Da, da, da. Jede Runde 50 heilen. Der Gegner ist immer angewidert, wenn er mir näher kommt. Das heißt, die Nahkämpfer haben schon mal die Arschkarte. Dann könnte ich auch den Stab anders ausrüsten. Blutentzieren. WDP. Das vermindert die Abwehr des Zielspart perfekt. Ja, um 30 Rüstungen. 100 Rüstungen. Für wenige Angriff mit Waffen um 20 Schaden. Um 50. Und wenn du blockst, da muss ich noch. Schade. Feuerschaden. Nachkampfwaffen 1 extra. Nachkampfwaffen 1 extra. Uh, das ist gut. 15%. 1 extra. Das ist sehr geil. Und der Stab der Riesenmöpse ist sehr stark. Dann werde ich das mal so machen. Mal gucken, wie das läuft. Mit dieser wunderschönen Mütze. Kann ich die eigentlich anmalen? Farbe. Tatsächlich. Hm. Welche Farbe nehme ich denn am besten dafür? Weiß? Nein. Ich glaube, ich nehme das. Das sieht scheiße aus. Ja, das passt ganz gut zusammen. Kann ich eigentlich die Stäbe auch? Ne, die kann ich nicht anmalen. Das ist schade. Aber ich kann meine Swat-Klamotten färben. Ah, das geht dann um das Hemd. Mache ich das mal so? Und die Handschuhe. Wie sehen die aus, wenn ich so umfärbe? Okay. Das ist nicht gut. Ja, passt, ne? Ja, lass ich mal so. Hey, der Part ist voll. Juhu. Da habe ich ja sehr viel Scheiße gemacht. Hier habe ich mit jedem gequatscht. Okay. Bevor ich den Part beende, muss ich doch erst mal mit welchem Knopf gucke ich hier auf die Karte? Ja, nach oben ist Karte. Okay. Muss ich erst mal gucken. Den Schweinebärmann muss ich da noch machen. Aha, da kann ich noch mit jemandem sprechen. Wo kann ich denn die Weiber rekrutieren? Die Pissnelten. Ja, die kann ich noch nicht. Ich kann erst die Weiber. Was ist denn hier? Nutze eine Blutorange um einen... Hä? Nutze deine... Deinen Schwanzkäse. Aha, okay. Für die Penis-Maus. Alles klar. Sprich mit Annie im Rathaus über die... Aha. Da muss ich hin. Okay. Da kann ich noch mit Jimbo sprechen. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Mö, 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 mö. Ich würde mal sagen, ich lasse mich dahin kutschieren. Und das war es dann auch für diesen Part. Es war diesmal ein bisschen weniger los. Ich habe viel ausgerüstet und so weiter. Habt mehr gesehen. Tut mir leid. War ein nicht so spannender Part. Aber das gehört dazu. Das ist immer noch ein Rollenspiel. Ich würde mal sagen, bevor wir da links rüber gehen, gucke ich, ob ich hier noch irgendein... Ah. Hier werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen was machen können. Ach, und das piept hier rum. Okay. Dann werden wir hier im nächsten Part ein bisschen kurz rumgucken. Und dann... Verpiss dich. Mit Annie sprechen. Na, heulst du gleich wieder? Ja, sehr schön. So, ob ich sie verprügelt habe, werde ich es nicht leicht haben, sie zu rekrutieren. Aber egal. Das war es für diese Part. In dem Sinne, arrivederci, meine Klamacaronis. Und wir sehen uns gleich im nächsten Part wieder. Tschüss.